Im Jahr 2070 hat sich das Gesicht der Welt grundlegend verändert. Der Klimawandel vernichtete große Teile unserer Lebensräume und zwang uns zum Umdenken. Aus einigen Staaten wurden Wirtschaftsunternehmen, die Tycoons. Andere wählten eine harmonische Lebensweise mit der Natur, die Ecos. Die Jagd nach den letzten Ressourcen wird mit allen Mitteln geführt. Und manchmal bleibt nur noch unfruchtbare Erde zurück. Doch neue Technologien ermöglichen den Menschen die Eroberung des letzten unentdeckten Biotoms, das Meer. Hier liegen die letzten Vorräte der Menschheit. Doch ohne uns funktioniert das nicht. Denn wir sind die Kraft im Hintergrund. Wir sind die Techs. Anno 2070. Die Zukunft liegt in deinen Händen.